Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat in seiner Kolumne bei Sky über die Vereinsführung des FC Bayern München geplaudert. Ehrenpräsident Uli Hoeneß sei seit vielen Monaten mit der Besetzung unzufrieden. Ich persönlich habe nie gesagt, dass Kahn oder Salihamidic keine neue Chance verdienen und man nicht mit ihnen in die neue Saison gehen kann, so Matthäus. Aber mir wurde von mehreren Menschen berichtet, dass Uli mit der Besetzung, die er maßgeblich in der Chefetage installiert hat, seit vielen Monaten unzufrieden ist. Matthäus glaube zwar nicht, dass nach einem Trainerwechsel jetzt auch noch eine Führungskraft mitten in der Saison entlassen werden sollte. Es müsste sich aber trotzdem einiges bei den Münchnern ändern. Die Kommunikation des CEO kommt entweder nicht richtig an oder findet nicht so statt, wie es die Mitarbeiter benötigen. Der neue Trainer findet einfach keine feste Stammformation, schrieb er weiter.